Du und dein Hund, ihr seid ein Team. Ihr geht miteinander durch den Alltag. Und du kümmerst dich um deinen Hund. Du achtest darauf, was er braucht, dass er genügend Wasser, genügend Nahrung hat, Sozialkontakt, Spiel mit dir, Kuscheleinheiten, Ruhe. Ja, also alles, was er einfach braucht, damit es ihm gut geht. Aber wie schon gesagt, zum Team gehören immer zwei. Das heißt, du gehörst auch dazu. Ja, und es ist genauso wichtig, dass du darauf achtest, dass es dir gut geht und dass du auf dich achtest. Ja, denn nur wenn es dir gut geht, wenn du klar bist, wenn deine Bedürfnisse auch gewahrt sind, dann kannst du für deinen Hund wirklich da sein und ihm alles geben, was er braucht. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du auf dich achtest und deine Bedürfnisse wahrnimmst. Denn es ist ganz oft so, wenn wir in eine Situation kommen, die ja für euch nicht ganz so einfach ist. Ja, also nehmen wir an Hundebegegnungen. Ja, dein Hund hat Schwierigkeiten bei Begegnungen an der Leine und ihr seid auf einer engen Straße und du läufst da so entlang und es kommt euch ein anderer Hund entgegen, ein anderes Mensch-Hund-Team. Und dann merkst du, oh Gott, da kommt der andere Hund. Mein Hund löst gleich aus. Er braucht mehr Abstand. Ich müsste jetzt irgendwie weg. Ja, und jetzt lenke ich ihn einfach ab und versuche da irgendwie durchzukommen oder oder oder. Ja. Und dann ist das Ganze doch nach hinten losgegangen. Dein Hund hat doch gebellt und ja, du hast gedacht, shit, alles wieder blöd gelaufen. Ja, erstens mal kniebelst du dich dann richtig nach so einer Situation. Du machst dir Vorwürfe. Aber was noch ist, du hast nicht auf dein Innerstes gehört, auf deine Bedürfnisse geachtet. Denn eigentlich haben dir deine Bedürfnisse schon gesagt, die Situation ist mir zu eng. Das ist mir auch zu nah. Das kann ich ja noch gar nicht. Ja, vielleicht auch, weil dein Hund noch nicht so weit ist, aber es spielt ja einfach zusammen. Das heißt, du bist über deine Bedürfnisse drüber gegangen und kannst dann auch deinem Hund gegenüber nicht ruhig und gelassen und souverän sein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass dir das klar ist. Oder aber ein anderes Beispiel, wenn es dir heute einfach mal nicht so richtig gut geht, du müde und richtig abgeschlagen von der Arbeit bist. Und dann denkst du, ich muss jetzt aber heute noch die große Gassirunde gehen, damit mein Hund richtig Bewegung bekommt. Dann übergehst du dich. Und dann kann die Gassirunde in ganz vielen Fällen ja wirklich gar nicht so schön werden. Und es ist nicht das, was ihr beide miteinander eigentlich gern haben möchtet. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du in schwierigen Situationen und auch im Alltag mit dir achtsam umgehst. Also achtsam in Bezug auf deine Wünsche, deine Bedürfnisse. Nicht nur auf die deines Hundes eingehst. Das heißt, du sollst wirklich mal auch auf dich hören. Was brauchst du denn gerade? Denn nur dann kannst du für deinen Hund auch wirklich der Fels in der Brandung sein. Sei dir also wirklich bewusst, was du möchtest. Du musst es niemandem recht machen. Nur dir und deinem Hund. Und deswegen darfst du wirklich auf dich hören, was dir gut tut. Höre da wirklich auf deine innere Stimme, denn ja, das bringt dich einfach weiter. Das heißt, merkst du, okay, die Situation ist mir jetzt nicht geheuer. Ich fühle mich heute einfach nicht wohl dabei. Wenn ich diese Begegnung ja aufsuche, das ist okay. Dann atme durch, dreh um, geh in die nächste Einfahrt rein, geh den Weg einfach zurück. Oder wenn du merkst, ich bin heute irgendwie total mies drauf und total hibbelig, dann such dir eine Gassirunde, wo ihr fast keinen trefft. Oder sicher niemanden trefft. Es zwingt dich keiner dazu, etwas zu tun, wozu du im Moment noch nicht oder heute einfach nicht bereit bist. Und das, ja, geht dann auch auf deinen Hund über. Und er wird auch viel entspannter werden. Deswegen du entscheidest. Niemand anders. Du entscheidest, ob du achtsam mit dir und mit deinem Hund umgehst oder ob du einfach über deine Emotionen hinweg weizt. Deswegen entscheide dich also wirklich für ein achtsames und entspannendes Leben mit deinem Hund.